Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Brüder und Schwestern, Preis sei Gott! Wir haben jetzt im letzten Teil des Liedes gehört, damit diese schwerwiegenden Gedanken weichen damit Tränen und die Demut kommen. Ihr Lieben, ich heiße euch alle herzlich willkommen, vielleicht die, die später zum Gottesdienst dazugekommen sind. Ich heiße herzlich willkommen, die Kinder, die Jugend und alle Altersgruppen. Menschen aller Altersgruppen, ihr habt gut getan, dass ihr heute hierhergekommen seid. Ihr Lieben, wisst ihr, ich habe so ein paar Beobachtungen in meinem Leben gemacht. Manchmal ist es so, dass die Menschen in die Gemeinde kommen, um ihren sozialen Bereich von Menschen einfach zu vermehren. Vielleicht sind sie auch einfach in die Gemeinde gekommen, um eine aktive Beteiligung am Werk in der Gemeinde zu haben. Weil wenn der Mensch gar nichts im Leben machen wird, er wird einfach verloren gehen. Und er denkt sich vielleicht bei sich, ich komme in die Gemeinde, und vielleicht wird mir auch ein Werk zufallen. Und er kommt einmal, er kommt ein zweites Mal und merkt, es passiert ja gar nichts, und dann geht er in eine andere Gemeinde. Und indem er in die andere Gemeinde kommt, sitzt er, hört, singt mit. Und er bemerkt, dass dort bei ihm auch nichts klappt, und dann geht er in die dritte Gemeinde. Jemand ist aber vielleicht dort ein bisschen hängen geblieben und ist ein halbes Jahr in dieser Gemeinde. Und denkt sich vielleicht, vielleicht muss ich noch etwas an mir arbeiten, und dann wird es so weit kommen, dass ich mehr Freunde bekommen werde. Aber, ihr Lieben, wir verstehen, wir sind erwachsene Menschen. Ich denke, dass unter uns die Menschen sind, die so rein, so aufrichtig dem Herrn dienen möchten. Ich möchte uns allen einen Bibeltext vorschlagen. Das ist das Evangelium Johannes, Kapitel 10, ab Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meiner Hand des Vaters reißen. Im 28. Stich heißt Christus, aus meiner Hand reißen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In Vers 28 sagt Christus, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und im Vers 29 sagt er, niemand wird sie aus der Hand des Vaters reißen. Meine дорогие, die Bedeutung der Gemeinde, die auf Erden, liegt darin, dass die Menschen durch das Hören des Wortes die Errettung empfangen. Aber wie ich schon zuvor erwähnt habe, wir können aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Motivationen an diesen Ort kommen. Ein Mensch sprach eins zu mir. Wenn man bei mir diese Aufnahmen von diesen Videos nehmen würde, was bleibt mir eigentlich noch in der Gemeinde? Ich habe gesehen, dass er im Grund, in der Wurzel, einen falschen Motiv hat. Похоже, dass er überhaupt nicht interessiert die Nachfolge Jesu, diese Person, sondern er wird dadurch geführt, dass er in irgendeine Aktivität in der Gemeinde eingebunden ist. Und als Basis von diesem Menschen sind falsche Motive. Der Mensch, der errettet ist, er arbeitet dahin, dass er andere mit errettet. Das ist seine Aufgabe. Wenn wir uns mit euch an das Leben von Judas erinnern, und nachdem er sich beschäftigt hat, dann ist er immer mit den Jüngern zusammengebracht. Er war immer mit den Jüngern zusammen, sogar beim Abendmahl war er auch mitten unter ihnen. Und einst war so eine Versammlung mit den Jüngern, und Judas war unter ihnen. Und es ist geschrieben, da war eine Frau, sie hieß Maria, sie hat die Füße Jesu gewaschen und hat ihn auf sein Haupt, hat sie mit Salzöl begossen. Und dort war dieser Judas und er sagte, wäre es denn nicht besser, wenn man dieses Salzöl für mehr als 300 Dinare verkaufen würde und diesen Erlös den Armen geben würde. Und über Judas ist geschrieben, er sagte dieses nicht, weil er sich um die Armen gekümmert hat, sondern weil er ein Dieb war. Im Leben von Judas gab es einen Moment, wo er einen Platz dem Feind gegeben hat. Und in seinem Leben hat er falsche Motive gehabt und folglich hat er auch Christus später verraten. Und es kommt so raus, er hat nicht Jesus oder Christus benötigt, sondern das Geld, was er im Verlauf der Zeit immer wieder genommen hat aus der Kasse. Und heute hat Bruder Victor, der vor mir gesprochen hat, er sprach über die Beziehung von den Brüdern Josefs zu Josef. Im Leben von diesen älteren Brüdern von Josef hat sich so eine Situation ergeben, weil sie wurden so verstockt, als Josef von seinen Träumen erzählt hatte. Otec Jakob посылает Josef zu seinen Brüdern. Der Vater Jakob ersendet seinen Sohn Josef zu seinen Brüdern. Und die Brüder sehen Josef noch von fernher hin. Sie denken in ihrem Herzen, dass sie ihn umbringen. Aber folglich haben sie entschieden, ihn doch nicht umzubringen, sondern ihn in eine Schlucht oder einen Brunnen reinzuschmeißen. Und später kommt eine Karawanne und sie verkaufen Josef eine dieser Karawanne und führen ihn ab nach Ägypten. Und weiter ist geschrieben, dass dieser Josef in das Haus von Potiphar kommt, wo er von dem Herrn Segen und Gelingen empfängt. Und im Hause Potiphar, wenn Potiphar abwesend war, имея живую веру в Бога, он не подdается искушению со стороны жены Potiphar. Und indem er treu und einen lebendigen Glauben an Gott hat, lässt er sich von der Frau von Potiphar nicht verführen. Dankan dieser ständigen Glauben seiner Treue zu dem Herrn, vera in Gott огрadilla ihn von dieser Versuchung. Er kommt in das Gefängnis, wo später ein Mundschenk des Pharaos dem Pharao berichtet, hör mal, in deinem Reich gibt es jemanden, der deinen Traum deuten kann. Иосиф aus dieser темнице, in der er niemals kam und geredet, Jahre lang siedelt da. Josef raus aus diesem Gefängnis, wo er unschuldig jahrelang gesessen ist. Er kommt vor dem Pharao und er erklärt die Bedeutung von dem Traum mit den sieben Ehren und den sieben Kühen. Und dieser Pharao stellt fest, dass er eine Gottesweisheit in ihm hat und er stellt ihn als zweite Person nach sich. Er macht ihn zu seinem Stellvertreter. Und dadurch er rettet Josef ganz Ägypten. Er rettet sie vom Hunger. Gott gibt ihm Weisheit, wie er es schafft, das ganze Land vor dem Hunger zu bewahren. Er erhält das ganze Volk vor dem Tod, vom Hunger und auch noch das ganze Vaterhaus. Und folglich trifft sich Josef mit seinem Vater und sie dürfen noch 17 Jahre zusammen Zeit verbringen. Aber wusste Josef vorher, was in seinem Leben alles passieren wird? Wusste er vorher, dass die Brüder daran denken, ihn umzubringen? In der Einfachheit seines Herzens ist er gekommen und hat ihnen Speise gebracht. Sie nehmen ihn aber und schmeißen ihn in ein Brunnen. In seinem Herzen war keine Voreingenommenheit. In seinem Herzen war kein Neid in Bezug zu seinen Brüdern. Aber seine Brüder hatten ein Problem, denn aus Neid haben sie ihn verkauft. Nach ihrem bösartigen Herzen. Und Josef später beruhigt seine Brüder und sagt, habt keine Angst, ich fürchte den Herrn. Ihr Lieben, es ist sehr wichtig, dass wir in unserem Leben richtige Motive haben. Ich muss von meiner Seite nie erwarten, dass man mich hier besonders begrüßt, mich besonders liebt. Das ist ein falsches Motiv in der Nachfolge dem Herrn. Ich komme und möchte dem Herrn zu seiner Ehre dienen. Mein Ziel ist es, euch zu dienen. Das ist die Aufgabe des Christen, deine Hauptaufgabe, den Menschen zu dienen. Aber ihr Lieben, im Leben von Josef gab es viele Schwierigkeiten. Aber Gott im Leben von Josef gab es viele Schwierigkeiten. Aber alles hang von ihm ab, wird er die Treue Gott halten oder nicht. Und er war Gott treu. Und dankend dieser Treue hat ein gewaltiges Land Errettung gefunden. Weil Josef dem lebendigen Gott gedient hat, preis sei Gott dafür. Und wenn wir uns an David erinnern, er wurde anstelle von Saul gestellt in Israel und er hat dem Herrn gedient. Aber im Leben Davids war es so, dass er nicht gleich nach seiner Salbung König wurde, sondern erst viele Jahre vergangen sind. David hat auch bestimmte Versuchungen, schwierige Versuchungen in seinem Leben durchleben müssen. Ich möchte nur ein Ereignis erinnern, als von der Seite ihm nachstehender Menschen so ein Angriff stattgefunden hat. Erst Buch Samuel Kapitel 30 Ich werde nicht lesen, ich werde ein bisschen zitieren. Hier ist die Rede, als David zurückkam in die Stadt Ziklad, wo er und seine Männer sich niedergelassen hatten. David hatte 600 Männer um sich ihre Familien und sie haben sich in der Stadt Ziklad niedergelassen. Одно время они оставили Ziklad возвращаются, пришли Amalekitiani und sasjgli весь город. Und es war ein Moment, wo die Männer nicht in der Stadt waren und als sie zurückkamen, haben sie festgestellt, dass die Stadt niedergebrannt wurde durch die Amalekitita. Und als David zur Stadt mit seinen Männern zurückkehrt, stellen sie fest, dass alle abgeführt wurden und die Stadt niedergebrannt ist. Und als David und die Männer diese brennende Stadt gesehen haben, diese Ruinen, und alle Männer haben festgestellt, dass alle Frauen, alle Söhne, Töchter in Gefangenschaft weggeführt wurden, haben all diese Männer ein lautes Schreien und Flehen vor Gott dargebracht. Sie haben zu Gott geschrien und ihn angerufen und und sie sind in so eine Verzagung gekommen, dass sie bereit waren, David umzubringen. 6. Stich dieser главe David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter David aber stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Meine дорогие, die Leute, die mit David schli mit David warst, um ihn töten. Ihr lieben, die Männer, die mit ihm zusammen in den Krieg gegangen sind, als sie zurückkamen, sie selber wollten David töten. Und es geschrieben im Vers 7, dass dem Namen des Herrn David просit Abiafara свящenника принести ему ephod und David bittet Abiatar den Priester bring mir das ephod und David wendet sich zu dem Herrn zu dem Herrn soll ich ihnen nachjagen werde ich dieses Volk einholen werde ich denn diese Amalekite einholen um alles zurück zu holen was in Gefangenheit weg und Gott antwortet ihm geh du wirst sie einholen und du wirst alles wieder zurück holen David aber stärkte sich in dem Herrn preis dem Herrn und später folglich wird er ein König aber zuvor hat er schwere Lebensereignisse durchleben müssen ihr Lieben als Jesus mit seinen Jüngern sprach und er sagt es wird bald eine Zeit kommen wo ich schwer leiden werden muss und leiden muss ich von den Schriftgelehrten von den Pharisäern und da ist geschrieben dass Petrus Jesus zur Seite gerufen hat und sprach solche Worte Mattheus Kapitel 16 Vers 22 und Piotr begann Gott Dann nahm Petrus ihn, es ist über Jesus die Rede, beiseite und fing an ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Ihr Lieben, was passiert denn weiter? Er, es ist wieder die Rede von Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Hier ist etwas passiert, was für Petrus unverständlich war. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das passieren kann. Er hat angefangen ihn zu wehren, damit er diese Leiden nicht antritt. Wisst ihr, Jesus sah vor sich nicht nur das Angesicht von Petrus. Er hat ganz klar verstanden, dass jetzt hinter Petrus ein Geist, und zwar der Satan steht. Und das, was Petrus zu ihm sagt, in Wirklichkeit nicht von Petrus ausgeht. Die Aufgabe von dem Satan war, Jesus daran zu hindern, dass er diese Mission, die Erlösung der Menschheit verhindert. Und deshalb sagt er auch, das geschieht ja nicht mit dir, Jesus. Und Jesus sagt ihm, geh hinter mich, Satan, denn du denkst nicht, was göttlich ist, sondern du denkst, was menschlich ist. Wir wissen, dass er in der Zeit, dass er in der Zeit, dass er Jesus oft der Gefahr ausgesetzt war, dass man ihn töten wollte. Und bereits bei seiner Geburt war ein Versuch von der Seite Herodes, ihn umzubringen. Und die Schrift sagt, dass jedem die Gnade nach dem Maße des Herrn gegeben ist. Wir können auch in unserem eigenen Leben Situationen treffen, wo man uns etwas Menschliches darreicht und nicht göttliches. Also wenn ein Jäger geht, wenn ein Jäger zur Jagd nicht sieht, also er sieht diesen Vogel nicht, der dort im Wald lebt. Weil all diese Vögelsarten, die sind halt weggeflogen. Und er zieht dann auf einen Tannenzapfen. Er schießt da ab. Ich weiß nicht, ob er da trifft oder nicht, aber das ist kein Vogel. Aber er prägt sich oder stimmt darauf ein, das ist ein Vogel. Und der Feind, er bemüht sich in unserem Leben, uns abzulenken vom Wichtigsten im Leben. Und er prägt sich, uns abzulenken vom Wichtigsten, nämlich dass wir dem Herrn dienen. Und er bietet uns falsche, betrügerische Plattformen an. Das sind zeitliche Dinge, die den Menschen kein bleibender Frieden und Freiheit geben. Damit er den Christen vom Hauptziel, welches ist dem Herrn zu dienen, ablenkt. Und es ist wichtig, zu sagen, geh weg von mir, Satan, denn du bringst vor mich menschliches. Meine lieben Brüder und Schwestern, in unserer Leben hat Gott in Bezug auf uns für jeden einen Plan. Und wenn wir sehen, dass im Leben Jesu von der Seite des Satans er attackiert wurde, dann geh davon aus, dass auch in unserem Leben wir attackiert werden. Es gibt viele Bereiche, die uns ablenkt, zu denken, Gott zu dienen. Es gibt Menschen, die dir begegnen extra, damit sie dich verführen. Es gibt vielleicht auch einfach Menschen, die sich dir widersetzen. Вы знаете, вот был такой человек по имени Demas. Помните такого человека? Es gab so einen Menschen, er hieß Demas. Und damals war Demas ein Diener des Herrn. Und er arbeitete zusammen mit Paulus. Er war mit Paulus zusammen unterwegs, sie haben das Evangelium verkündet. Und durch das war ein großer Segen für die Menschen, und die Menschen haben sich bekehrt. Aber einst gab es ein Ereignis im Leben von Demas, es ist etwas anders gelaufen. Und Paulus sagte, Demas hat mich verlassen, indem er diese Welt liebgewonnen hat, und ist an einen anderen Ort gegangen. Es gab eine Zeit, wo Demas ein guter Mitstreiter für Paulus war. Aber er hat diese Welt liebgewonnen, das bedeutet, er ist erneut in die Welt gegangen. Das war ein Diener des Herrn, aber er ist in die Welt gegangen. Ich kenne Menschen, die sind meine Altersgenossen, sie haben aufrichtig dem Herrn gedient. Aber es vergingen Jahre, sie haben die Gemeinde verlassen. Sie haben sogar ihre Ehefrauen verlassen. Sie haben angefangen, einen weltlichen Lebenswandel zu führen. Ihre Lieben, sie haben die Strategie des Feindes unterschätzt. In ihrem Leben hat der Feind ihnen sehr viel menschliches angeboten. Und sie haben in diesen Versuchungen, die ihnen angeboten wurden, nicht standhaft ausgehalten. Ja, ihr Lieben, ja, wir haben gelesen, aus der Hand Jesu Christi wird uns niemand reißen können. Ja, wir haben gelesen, aus der Hand des Vaters kann uns keiner reißen. Und wir können noch eins lesen. Siegredu, skoro. Dürrschi, was du hast, damit jemand deine Krone nehmt. Hier gibt es die Gefahr, dass du diese Krone verlierst. Du kannst diese sehr einfach verlieren, wenn du in deinem Herzen nicht wachen wirst. Deshalb, wenn wir in die Gemeinde kommen, müssen wir hundertprozentig überzeugt sein, wir möchten Christus folgen. Wenn wir andere Ziele vor uns haben, das sind Ziele der Gefälligkeit, dann werden wir hier nicht lange bleiben. Wir werden unbedingt an einen anderen Ort gehen, wo wir uns selber entwickeln wollen, aber nicht am Reich Gottes bauen. Deswegen, meine Lieben, ich biete uns an, unser Leben zu prüfen, wie unsere Beziehung zu dem Herrn ist und auch zu fragen, warum bin ich hier. Worin kann ich in dieser Gemeinde nützlich sein und diese Gemeinde unterstützen und sie in dem gesamten Werk zu unterstützen. Ich möchte euch bitten, steht bitte alle auf. Ich lade uns ein, darum zu beten, dass vor uns Ziele, göttliche Ziele sind und keine menschliche. Lasst uns das Reich Gottes suchen und seine Gerechtigkeit. Meine Lieben, wenn es unter uns Menschen gibt, die es möchten, dass man für sie betet, ihr könnt nach vorne kommen, wir werden zu beten. Wer seine Beziehung zu dem Herrn erneuern möchte und ihm wieder folgen möchte, wir werden sehr gerne für euch beten. Der Herr segne euch alle. Vöre Häuser, eure Familien, eure Kinder. Der Herr segne mit seinem göttlichen Geist. Kommol uns, meine Lieben, meine Lieben. Lasst uns beten. Er, das ist in Ordnung. Kommol uns, meine Lieben, meine Lieben. Wir werden nicht mehr, was ich in Ordnung.